This is a video to help you with your German listening and reading. Episode 1, At the Dentist. Herzlich willkommen bei der Zahnarztpraxis Müller. Im Moment können wir Ihren Anruf nicht persönlich entgegennehmen. Wenn Sie uns jedoch nach dem Signalton Ihren Namen und Ihre Telefonnummer hinterlassen, werden wir uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden. Vielen Dank. Guten Morgen. Hier spricht Angelika Bieder. Ich habe schreckliche Zahnschmerzen. Kann ich für heute Nachmittag einen Termin bekommen? Meine Telefonnummer ist 05923 71118 Guten Tag. Hier spricht Angelika Bieder. Telefonnummer 05923 707 625 Ich habe einen Termin für Mittwoch um 15 Uhr. Leider habe ich die Grippe und kann nicht kommen. Kann ich den Termin auf die folgende Woche verschieben? Dann noch ein Hintergrund. Untertitelung des ZDF, 2020